Schönen guten Abend. Pieters, mein Name, Kriminalpolizei Düsseldorf. Sie wurden beobachtet in dem Drogendelikt an der Rossstraße in Düsseldorf-Dehrendorf. Wir würden Sie gerne vorladen zur Zeugenaussage. Bei belastenden Aussagen gegen sich selber können Sie auch die Verweigerung zur Aussage aussprechen. Ganz einfach, wir klären das jetzt. Wir holen Sie sofort ab und Sie können Ihre Aussage auf der Wache machen. Kein Problem. Wir schicken Streifenwagen vorbei. Sie werden geordnet über Ihr Mobilfunktelefon. Bis dann. Tschüss.